Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu mittlerweile 10. Folge von unserer Tray to Glory. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind mittlerweile bei Folge 10 angelangt. Wir schauen mal, wie viele Münzen wir am Ende der Folge haben werden. Und es dauert auf jeden Fall nicht mehr lange, bis wir die 1 Million Münzen geknackt haben. Kleiner Spoiler vorweg, wir haben diese Folge über 100k gemacht. Deswegen Freunde, dicken Daumen nach oben da lassen für mehr solche Videos. Und auch gerne ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde sagen, wir springen ins Video und ihr seht schon direkt, wir haben 370.000 Münzen. Und springt hier direkt in Danjuma Inform ins Auge für 17,75 verkauft. Das ist auf jeden Fall noch ein 84er Invest aus der, glaube ich, siebten Folge. Da haben wir ja einige 84er Informs für 13k eingekauft und direkt für 17,75 draufgestellt. Danjuma war der letzte, der übrig geblieben ist, ist jetzt auch weggegangen. Aber um den geht es gar nicht, es geht hier um die Oxlade Chamberlains und um die Milners. In der letzten Folge habe ich euch ja gesagt, dass ihr in Henderson Links reingehen sollt. Also zum Beispiel Oxlade Chamberlain hat einen Link zu Henderson, Milner hat einen Link zu Henderson. Hier seht ihr den Einkaufspreis, Oxlade Chamberlain war bei 1200 Münzen. Und hier Kollege Milner war bei 1300 Münzen. Ja, von denen habe ich mir über 100 Stück insgesamt eingepackt. Wie gesagt, Einkaufspreis war so circa 1300 Münzen. Und die letzte Folge kam ja, glaube ich, am Dienstag. Und ich habe euch ja gesagt, dass da die Foot16 SPC rauskommen wird. Wir waren an dem Abend noch live und es kamen die SPC nicht. Es kamen stattdessen die Champions League Top-Partien. Dort war ein Token drin, deswegen hat sich die Foot16 SPC um einen Tag verschoben. Ich habe euch aber im Stream gesagt, dass ihr zu dem Zeitpunkt nicht verkaufen sollt. Weil da sind die Spieler schon wieder auf unter 2k gesunken. Und ja, alle, die etwas Geduld bewahrt haben, wurden belohnt. Einen Tag später kam dann die Foot16 SPC. Da wurden dann Liverpool-Spieler gebraucht. Und noch einen Tag später kamen die normalen Top-Partien. Da war auch Liverpool drin und da gingen die Spieler auf über 3k. Ich habe zwischen beiden Zeitpunkten verkauft, deswegen seht ihr auch hier die Verkaufspreise. Die schwanken extrem. Mal sind es 2.5, mal 2.6, 2.7, 2.8. Hier haben wir auch mal 2.9. Man kann auf jeden Fall sagen, dass wir hiermit unsere Coins verdoppelt haben. Dann haben wir hier noch ein paar Mateus Cunhas, alle für 950 Münzen verkauft. Das war ja das erste Investment. Ich dachte, ja, Atletico kommt. Habe mich dann aber relativ schnell umentschieden. Bin dann in die Liverpool-Spieler reingegangen. Und hier seht ihr auch nochmal Milner. In den sind wir genauso reingegangen. Hat auch 1300 Münzen gekostet. Auch hier schwanken die Verkaufspreise wieder extrem. Zwischen 2.3 und 2.9 ist hier alles dabei. Und auch hier haben wir wieder unsere Münzen verdoppelt. Ich würde sagen, wir löschen die Liste. Jetzt haben wir endlich wieder Platz für neue Investments. Wir haben noch insgesamt 370.000 Münzen. Wir haben noch einige UV-Spieler, die jetzt wieder im Preis gestiegen sind. Das bedeutet, die müssen jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall weggehen. Und was wir jetzt machen, ist genau dasselbe wie mit den Liverpool-Spielern. Nur gehen wir diesmal auf die Dortmund-Spieler. Das liegt daran, dass auf dem FIFA 17 Cover Marco Reus drauf ist. Die Foot 17 SPC wird heute Abend rauskommen. Deswegen investiere ich jetzt sehr viele Coins in Links zu Marco Reus. Für euch habe ich einen Tipp. Investiert einfach in Links zu Ronaldo. Beachtet dabei, dass in FIFA 18 Ronaldo auf jeden Fall noch bei Real Madrid war. Und dass in der SPC Cristiano Ronaldo auch auf jeden Fall als Madrid-Spieler drin sein wird. Das bedeutet für euch, ihr kauft euch Real Madrid-Spieler ein. Wie zum Beispiel Gareth Bale, Rodrigo, Kamavinga, Vasquez, Vinicius, Isco. Die Spieler sollten auf jeden Fall nicht zu teuer sein. Versucht die Spieler alle so für 800, 850 Münzen zu bekommen. Bale ist bei 750 Münzen. Rodrigo ist auch bei 750 Münzen. Kamavinga ist bei 800. Vasquez ist auch bei 800. Also ihr habt da auf jeden Fall noch sehr gute Preise am Start. Und was werde ich jetzt machen für die Reus SPC? Ich werde mir vermutlich einen Bellingham mitnehmen. Einen Torgen Hazard. Mahlen sollte auch noch klappen. Felix Passlack werde ich mir auch mitnehmen. Wie gesagt, auch mal Silberspieler ausprobieren. Wenn bei der SPC die Anforderung für das Team-Rating nicht so hoch sein sollte, dann werden diese Silberspieler sehr krass steigen. Ansonsten haben wir hier noch Brand. Der sollte auch auf jeden Fall krass steigen. Und hier die oben habe ich noch übersehen. Mokoko, Rainer und Schmelle. Von diesen Spielern werde ich mir jetzt sehr, sehr viele erbieten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also die Silberspieler, die könnt ihr euch so easy erbieten. Ich kriege hier Mokoko jeden Einzelnen für 300 Münzen. Schmelzer jeden Einzelnen für 250 Münzen. Rainer hier 350 Münzen. Ich gehe gerade mal die Liste durch. Das sind sehr, sehr gute Preise. Und jetzt hole ich mir auf jeden Fall auch noch ein paar Goldspieler. Boah, das ist ein Traum. Jeden Einzelnen Brand für 800 Münzen erboten. Das schmeckt so, so gut. So, Freunde. Ich habe mich jetzt für Brand entschieden. Den habe ich immer für 800 Münzen geholt. Habt ihr ja gesehen. Torgen Hazard habe ich jetzt oft geholt für 800 Münzen. Weil der ein 82er Rating hat. Und wenn bei der SPC ein hohes Rating gefordert wird, wäre der ein sehr guter Mann. Und Bellinghams habe ich jetzt alle für 650 Münzen erboten. Über den könnt ihr dann nochmal in eine andere Liga linken. Deswegen auch nochmal einige Bellinghams eingepackt. Ihr seht es am Münzen stand. Wir haben glaube ich jetzt knapp 70k reingebuttert. Diese 70k sollten wir auf jeden Fall verdoppeln können. Und wie ihr jetzt noch aktiv traden könnt, das seht ihr jetzt. Ja, Freunde. Und um aktiv traden zu können, schauen wir uns jetzt erstmal die SPC an. Wir haben hier die 4-4-1-Formationen. Häuser auf dem linken Mittelfeld. Spielerqualität ist mindestens Silber. Wir brauchen auf jeden Fall Minimum 5 seltener und 85 Chemie. Und wir brauchen mindestens 5 Vereine. Das bedeutet, dass die deutschen Spieler aus der Bundesliga jetzt auf jeden Fall gut was wert sein sollten. Und da schauen wir jetzt direkt mal rein. Wir gehen erstmal auf Gold häufig. Auf Bundesliga und auf Deutschland. Und genau, ihr seht es. Die sind alle schon bei 1200 Münzen. Das bedeutet, wir bieten uns die für maximal 900-950 Münzen. Da solltet ihr hier auf jeden Fall einige bekommen. Die andere Option ist, ihr snipet euch die Spieler. Da kommen auf jeden Fall gut viele rein. Aber da ist die Konkurrenz auf jeden Fall auch viel größer. Und die dritte Option ist, ihr schaut euch nach Positionen um, die teurer sind als der Durchschnitt. So habt ihr eben gesehen, die Spieler kosten 1200 Münzen. Wenn wir uns jetzt mal die Rechtsverteidiger anschauen. Wir sind hier schon auf jeden Fall bei 2000 Münzen. Das bedeutet, wenn ihr die für 1200 gesnipet bekommt, dann habt ihr da auf jeden Fall 800 Münzen Profit. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit den Rechtsverteidigern. Ihr könnt euch da auch mal zum Beispiel die Innenverteidiger anschauen. Die sind hier auch schon auf jeden Fall bei 1,6. Macht auf jeden Fall folgenden Schritt. Ihr geht hier auf maximalen Sofortkaufpreis 1.000, 1.200 Münzen. Je nachdem, wie teuer die Spieler zu dem Zeitpunkt sind, wo ihr das Video schaut. Sagen wir mal, die Spieler kosten 1200 Münzen. Dann schauen wir mal nach Rechtsverteidigern. Dort findet ihr keinen für 1200 Münzen. Geht mit dem Preis etwas hoch. Und ihr merkt auf jeden Fall, die Position ist teurer als die anderen. Das sollte natürlich nicht nur mit den Gold-Non-Rares klappen. Versucht das Ganze auch mal mit Silber-Rares. Da sollten auf jeden Fall auch einige Positionen teurer sein als der Rest. Hier sehen wir zum Beispiel einen Silberspieler für 650 Münzen. Haben wir jetzt nicht bekommen. Aber ihr seht, der Rest ist bei 1.500. Ich denke mal, mit Silberspielern klappt das Snipe sogar noch besser als mit Gold-Spielern. Ihr seht jetzt, die Spieler gehen auch die ganze Zeit stetig hoch. Die sind bei 1.007 Monaten. Aber ihr seht, wie viele hier für 1.000 Münzen und sogar unter 1.000 Münzen reinkommen. Dadurch, dass ich jetzt in sehr, sehr viele Dortmund-Spieler investiert habe, werde ich jetzt erstmal die verkaufen. Und dann schauen wir mal, wie es mit den Münzen aussieht. Wahnsinn, Freunde. Mokoku ist bei 2.500 Münzen. Den haben wir für 250 erboten. Wir haben unsere Coins mit dem verzehnfacht. Crazy, crazy. Dickes GG auf jeden Fall an jeden, der auf mich im letzten Video gehört hat. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Rainer, 9K. Seid ihr bescheuert? Ich habe den für 200 Münzen mitgenommen. Hier, Filter 9,5K. Aktualisieren. Oh mein Gott. Oh, eine für 3,6. Na, schade. 9K-Gewinn mit einer Karte. Was passiert hier? Okay, Freunde. Kleines Zwischenfazit, nachdem ich jetzt die meisten Spieler angeboten habe. Wir haben mit den Silberspielern eindeutig am meisten Plus gemacht. Schmelzer ist hier immer für fast 5K weggegangen. Mokoku haben wir, wie gesagt, am Anfang direkt für 3K weggehauen. Bei Rainer wurde ich ein bisschen gierig. Den habe ich ja sofort für 9K draufgestellt. Der ist jetzt auf 6K gesunken. Deswegen habe ich die restlichen jetzt, glaube ich, für 5,5 draufgestellt. Da hat mich die Gier auf jeden Fall besiegt. Und die restlichen Goldspieler, Brand Bellingham, die habe ich immer für 1,4,1,3,1,5 alle UV draufgehauen. Die sollten eigentlich größtenteils UV weggehen. Und ja, hier sind immer mal wieder noch ein paar Silberspieler, die ich angeboten habe. Ich kann auf jeden Fall froh sein, dass ich mir ein paar Silberspieler mit eingepackt habe. Weil die Goldspieler, die sind zwar etwas gestiegen, aber jetzt im Vergleich zu den Silberspielern ist das gar nichts. Und ich würde sagen, dass ich mit den 20, 30 Silberspielern, die ich gekauft habe, mehr Gewinn gemacht habe, als mit den ganzen Goldspielern zusammen. Ich habe jetzt noch insgesamt 25 Mal Hazard. Dadurch, dass Reus jetzt auf den linken Mittelfeld gekommen ist, ist Hazard halt überflüssig. Deswegen ist er dementsprechend im Preis auch nicht gestiegen. Den werde ich jetzt für 950 Münzen draufhauen, damit wir mit den Dortmund-Spielern abgeschlossen haben. So Freunde, kleines Update. Ich habe leider auf Fettfinger-Basis alle Verkäufe gelöscht. Aber ihr habt ja auf jeden Fall die Silberverkäufe gesehen und das waren die wichtigen. Ich verkaufe hier gerade noch die Goldspieler überteuert. Wir sind aktuell bei 440.000 Münzen. Wir sind ja in der letzten Folge mit 370.000 Münzen in die Dortmund-Spieler reingegangen. Bedeutet, wir haben jetzt schon 70.000 Münzen gewinnen. Und wir haben immer noch sehr, sehr viele Goldspieler auf der Liste. Also ich würde sagen, über 100k haben wir auf jeden Fall gemacht. Ja Freunde, wenn ihr das Video seht, wie gesagt, in die Real Madrid-Spieler investieren. Schaut auch nach Silberspielern. Ihr habt gesehen, die sind ja explodiert, weil in den Anforderungen halt eben Silberspieler gefordert wurden. Beachtet, dass in FIFA 18 Ronaldo eine Linksflügelkarte war. Das bedeutet, dass in der SPC Ronaldo auch auf dem linken Flügel stehen wird. Also schaut euch da nach Stürmern und nach ZMs um. Und ja, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wer Bock hat, kann gerne heute Abend im Livestream vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.